Ja, hallo, mein Name ist Anette Graf. Ich unterrichte aus vollem Herzen Qigong. Qigong kommt ursprünglich aus China und ist eine Bewegungsform, die auch Atemtechniken, Meditationen, Bewegungsabläufe integriert. Qi ist die Lebensenergie, die allem zugrunde liegt. Und im Qigong arbeiten wir ganz bewusst mit dieser Energie, mit diesem Qi. Wir lassen die Arme nach oben fließen, heben das Qi an, Arme gehen ganz weit ins Universum und wir gießen das Qi aus dem Universum durch unseren Körper hindurch bis zu unseren Füßen. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch in meinem Kurs zu begrüßen, um diese Leidenschaft, diese wunderbare Methode weiterzugeben, die mein Leben so stark zum Positiven verändert hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.